Ein Ford B-Max mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Der blaue Van ist fünftürig und hat einen großen Stauraum. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Servolenkung, ESP, Airbag, Wegfahrsperre, Beifahrerairbag und vieles mehr. Das 5-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 90 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners beläuft sich auf 6,0 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 10.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Ständig St либо 180 Befeuer- 테 Nexus Google 11 Bet upon dismantle или og ANC